Unglaublich, was er geleistet hat. Geht jetzt vielleicht auch nochmal irgendwie was. Und Lacky Diggel! Ferl lebt! Mal Corbos! Hier Sommer mit dem Querschläger. Und dann ist es Corbos, der Kapitän, der Behrens keine Chance lässt. Gerade noch mausetot. Und jetzt lebt Ferl wieder am Drittliga-Himmel. 2 zu 2! Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.